Ich bin schon mal in der Küche. Ja, hier geht's lang! Hi! 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 Wir sind die Geburtstagstruppe. Wir haben jetzt Geburtstagskirchen mitgebracht. Alles Gute! Wollt ihr was bringen? Ja, ich bringe sie in die Große. Hallo! Ich war schon mal in der Küche und hab ein bisschen Spaß mitgebracht. Sekt zum Anstoßen auf deinen Geburtstag. Wir haben doch aber schon was zum Anstoßen. Ja, aber man stößt dann so ein Spezi an. Eben, einfach Sekt. Ja stimmt, Sekt ist ja auch kein Wodka. Den Wodka hab ich auch schon mitgebracht. Ja, war ja klar. Aber ich mein, wenn ihr was trinken wollt, dann kommt ihr doch ins Pfeuferzimmer, oder? Jetzt tu nicht so. Komm, trink doch was mit.